Mit der Ultra Stick habt ihr eine Route, in der ihr prima Barsch angeln könnt, die wirklich ein weites Spektrum an Ködern abdeckt. Also von 7 bis sogar 50 Gramm könnt ihr hier alles abdecken, was ihr gerne fischen möchtet. Ob ihr jetzt einen Spinjig fischt, einen Shatterbait, einen kleinen Spinnerbait oder einen ganz normalen Gummifisch gejickt über dem Boden, am Bleikopf oder auch am Texas und Carolina Rig. Die Ultra Stick ist 2,10 Meter lang, gibt es insgesamt drei Modelle und die Aktion der Route deckt wirklich dieses komplette Spektrum an Fischerei ab. Ihr müsst natürlich nur gucken, welche Route mit dem passenden Wurfgewicht für eure Ködergewichte natürlich die richtige ist. Ansonsten habt ihr hiermit mit der schönen semi-parabolischen Aktion eine perfekte Barschroute, wo ihr auch wirklich kaum einen Fisch verliert, weil durch diese entsprechende Bewegung der Route im Drill werden die Fische auch nicht ausschlitzen. Schöne Routenserie in 2,10 Meter fürs Bootsangeln, aber auch fürs Uferangeln an entsprechenden Kanten und Spundwänden prima geeignet, wo ihr mit 2,10 Meter natürlich prima auskommt. Ultra Stick ein absoluter Geheimtipp.